Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier und herzlich willkommen zum 13. WWE 2K50 Let's Play! Ja, Freunde, ich hab mir einfach mal gedacht, komm, zock doch mal diesen 2K Showcase Modus an, denn haben mir so viele in die Kommentare geschrieben. Und ja, ich hab mir das Ganze mal angeschaut, das ist ja eigentlich richtig geil, denn hier muss man quasi Kämpfe, die damals stattgefunden haben, nachkämpfen. Zum Beispiel gibt's in zwei Kategorien, Hustle, Loyalty, Disrespect und einmal beste Freunde, erbitterte Feinde. Und hier haben wir erstmal nur zwei Kämpfe zur Verfügung. Je mehr Kämpfe wir machen, desto mehr schalten wir frei. Ich klick mal hier drauf und jetzt können wir hier sehen, das wäre der erste Kampf. CM Punk gegen John Cena. Das ist natürlich ein geiles Match, könnt ihr sehen, 17. Juli 2011 war dieses Event. Oder machen das hier beste Freunde, also Triple H und Shawn Michaels und das war 2002. Guck mal, wie lang das einfach schon her ist, Freunde. Und ja, ich würde einfach sagen, da ich nicht weiß, was ihr mehr sehen wollt, lasst mal einfach heute die Münze entscheiden. Also, Zahl ist links, Kopf ist rechts, okay? Ich wirf hoch, 1, 2, 3, whoop, whoop, bam, gucken wir nach und es ist Kopf. Okay, Kopf, also es ist rechts, kannst du euch gerne nochmal zeigen hier. Freunde, Kopf. Alles klar, machen wir rechts. Den Kampf hier, Shawn Michaels gegen Triple H. Ich habe natürlich hier, könnt ihr sehen, Schwierigkeiten auf Legende gestellt, Blut eingestellt. Dann bin ich mal gespannt, was das hier für ein Kampf wird, Alter. Alles klar, los geht's. So, Freunde, los geht's, Alter. Summerslam 2002 und da kommt auch schon direkt Shawn Michaels, die Legende. Das letzte Match von Shawn war am 29. März bei der WrestleMania. Er war der erste Grand Slam Gewinner. Er ist auch der WWE Champion, International Champion, European Champion, Tag Team Champion. Jürgen, Jürgen, das haben wir richtig geil gemacht. Guck mal, diese Animationen. Wir werden heute Zeuge von etwas, das nicht in der WWE. Die Rückkehr von Shawn ist sehr umstritten. Michaels hätte mehrere entschiedene Verfahren und seit seinem Rückzug. Bei diesem Match geht es um Leidenschaft und Stolz. Die Bosthaftigkeit und das Ego eines Mannes, das Michaels einmal in seinem besten Freund bezeichnete Triple H. Oh mein Gott, ich meine, das würde echt mega krass werden. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Das ist eigentlich eine geile Sache, Freunde. An diese Matches erinnere ich mich auch. Also da war ich noch, glaube ich, wie alt war ich da? Acht Jahre? Das habe ich aber gesehen. Ich weiß das. Ich habe es gesehen. Also sowas habe ich irgendwie noch im Kopf, richtig dumm. Aber andere Sachen nicht. Aber du weißt du, WWE muss immer am Start sein. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, starten wir jetzt auch direkt. Ich weiß gar nicht, wie wir kämpfen. Ich denke mal, Shawn Michaels. Und ja, boah, guckt es euch an, was für Animationen hier alles, wie das hier abgeht in dem Ring. Guck mal, Junge, 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 geil haben die das gemacht. Vielleicht können wir das ja mal explain, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ihr wolltet ja, glaube ich, lieber eine Karriere mit El Rimmel sehen. Aber wir schauen einfach mal. Alles klar, Freunde, los geht's. Und da kommt auch schon direkt Triple H. Das haben die ja genauso gestaltet, wie es damals war. Ist ja richtig krass. Alles hier so dunkel. Und dann kommt da schon direkt Triple H. Davor war noch so eine richtig geile Animation gewesen, Freunde. Aber die konnte ich mir leider nicht angucken, beziehungsweise ihr nicht, da das, glaube ich, gesperrt werden würde auf YouTube, weil da echt Szenen mit dabei waren. Boah, guck mal was für ein Monstrum das ist. Was der für eine Brust hat. Was für ein Sixpack, diese Arme. Junge, Junge, guck mal, der guckt wie so ein Pitbull, ey. Kriegt man direkt Angst, Freunde. Scheiße. Ich stehe vor, der begegnet euch auf der Straße. Boah, Junge, was für ein Brocken, Alter. Schaut ihn euch an. Triple H. Es kommt ja WWE 2K16 raus. Das wird so mega abgehen, Freunde. Er folgt nun ein One-Fall-Kampf ohne Regeln aus Greenwich. Ach, die Kacke, Mann. So, ich schaue uns das alles mal in Ruhe an. Connectitude mit einem Gewicht von 124 Kilogramm. Triple H. Der wiegt einfach das Doppelte, was ich wiege? Krank. Triple H war der zweite Grand-Slam-Gewinner der WWE. Er konnte sich Triple H gegen Shawn Michaels wenden. Michaels half Triple H dabei, zum Hauptkämpfer zu werden. Das sind zwar die beste Freunde, die sich hier gestritten haben, Freunde. Das wird echt krass. Nur jemand, der so hinterlegt ist, könnte seinen Arm Michaels legen und dann sein Gesicht durch das Beifahrfenster eines Markens stoßen. Freunde, Mann, ey. Seid ihr bereit? Seid ihr verdammt noch mal bereit für diesen krassen Kampf? Ich würde sagen, kennt ihr das noch? Alter, guck mal, wie echt die Grafik einfach auszieht. Alter, krank. Ey, wie damals. Ich kenne diesen Move noch von Triple H. Ich bin da einfach in die Luft spuckt. Alter, das wird jetzt ein geiler Kampf. Ey, das ist so geil. Der ist immer nur El Rille. Das ist noch mal was anderes hier. Okay, Freunde, los geht's. So, Freunde, los geht's hier. Füge Triple H kritischen Schaden zu. Komm her, Alter. Bam. Besiege Triple H durch Pinfall. Scheiße. Ich habe auch legendär eingestellt, Freunde. Das wird kein einfacher Kampf werden. Bam. Oh mein Gott, er kontert alles. Wir sind Shawn Michaels, Freunde. Also der mit der Jeanshose. Oh shit, Alter. Triple H haut richtig auf mich drauf. Boah, Junge, wir müssen ihn auf jeden Fall durch Pinfall besiegen. Das kann was Schwieriges werden. Das kann echt verdammt schwierig werden. Aber wir packen das. Verpiss dich mal. Komm her. Bam. Zack, kriegt er aufs Maul. Die Frage ist jetzt, ob das ein No-Disqualification-Match oder nicht ist, Freunde. Aber da stand ja vorhin ein Match ohne Regeln. Das heißt, es müsste eins sein. Woop. Wir schmeißen ihn mal um. Und ich sagen, holen wir jetzt noch was aus dem Ring raus. Komm, holen wir was raus. Schnell, holen wir was raus, Digga. Schnell, 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 schnell. Kopfschuhe, Kopfschuhe. Was nehmen wir? Ich nehme den Tisch raus. Ey, der Dings, der kommt. Verpiss dich, verpiss dich. Bam, Junge. Komm her, schnapp ihn dir. Schön, Digga. Schwab, gibt es jetzt hier einen Suplex. Bam. Komm, steh auf, steh auf. Schnell, hol dir noch was raus. Ey, Triple H ist so... Ey, guck, der steht sofort wieder auf. Das ist so echt krank. Ei, ei, ei. Ey, verpiss dich. Lass mich noch hier was rausheben. Bam, Junge. Wir kontern alles hier. Auch wenn du Legende bist, ich bin legendär. Zack. Nein. Alter. Wir müssen mal weggehen hier, der Triple H. Der verfolgt mich hier. Bam, kriegt der den von uns. Komm mal, guck mal, Schau, Maik ist noch so drauf an, Alter. Die alte Legende hier. Der rennt erstmal nur hin und her. Boah, Junge, gibt er dem einen Kick hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt hier mal kurz rausgehen. Ich hebe einfach mal die Leiter hier auf. Und jetzt werden wir sehen, ob wir disqualifiziert werden oder nicht, Freunde. Da bin ich mal gespannt. Wenn ja, dann haben wir Pech gehabt. Komm schon. Oh, er nimmt mir das weg. Und der mich jetzt damit schlägt, ne? Er schlägt mich. Der will mich damit schlagen, okay. Es ist ein No-DQ-Match. Okay, Freunde. No-DQ. Deshalb werde ich ihn jetzt nicht abnehmen. Und den mal so in die Fresse ballern. Komm her. Oha, er kontert auch noch. Scheiße, was geht hier ab, Freunde? Oh, jetzt habe ich Arschkarte. Jetzt habe ich Arschkarte. Okay. Oh mein Gott. Fuck, voll in die Fresse. Nein, nein, nein. Wir müssen kontern, Junge. Komm her, nimm das weg von dem. Alter, will ich dich ja drum streiten wie so ein Ikea-Tisch. Komm her. Jetzt. Bam, Junge. Der hat gesessen, Freunde. Der hat gesessen. Jetzt. Zack. Boom. Auf deinen Magen. Nimm schon Signature, Freunde. Boom. Nochmal drauf. Vollstrecker. Sean Michaels hier. Bam. Ich will seinen Finisher sehen. Ich liebe seinen Finisher. Dieser Kick einfach von ihm. Scheiße. Das war ein Wörfling jetzt hier rein. Boah, fast getroffen. Guck mal jetzt, Freunde. Führe einen Signature-Move vom oberen Seil aus, steht da. Okay, das ist unsere Aufgabe, Freunde. Müssen wir das auch machen. Okay, oben links. Komm, 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 komm. Ah, das schaffen wir nicht von da. Steh doch auf, Digga. Ey, das fuckt mich so ab, warum der da nicht hochklettert. Zieh durch, zieh durch. Jetzt mach den Signature. Signature. Und jetzt kommt der Signature, Freunde. Guck mal da. Signature. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Triple-H stößt den Ring, ich da rummelde, mit einem Stuhl. Alter, wie ist das? Das gibt's nicht. Das ist so brutal. Triple-H. It just tried to destroy. Oh mein Gott. Forget about just winning the match. What is wrong with Triple-H? I think he tried to triple-HPK. What is happening to this guy? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab das nochmal richtig echt gemacht, wie es damals war, Freunde. Junge, Junge. Ich glaube, ich hab das Gefühl, dass die Willen für Shawn Michaels gewinnt. Jetzt ist es nur die Willen, um zu überleben. Aber kann jeder, dass diese Onslaut von dem Spiel überleben kann? Triple-H ist lebendig. Triple-H kann nicht glauben, dass Shawn Michaels noch in diesem Ding ist. Oh mein Gott. Und dann kommt wieder raus. Junge, was geht hier ab? Boah. Ich hab mir den Zuschauer. Das haben wir ja so geil gemacht, Freunde. Das gefällt mir immer mehr und mehr, dieser 2K Showcase Modus. Füge Triple-H einen kritischen Schaden zu. Das ist unsere Aufgabe. Oben links. Fuck, Alter. Wir haben die eine Aufgabe bestanden, aber die andere müssen wir erstmal jetzt bestehen. Scheiße, Alter. Unser Leben. Der kommt hier gerade richtig hier. Komm her. Nein. Wir müssen kontern. Scheiße. Der nimmt uns wieder komplett auseinander hier. Fuck. Ey, wir drücken immer zu früh. Scheiße, Freunde. Alter. Was ein geiler Kampf. Nein. Wieder zu spät. Jetzt verdammt schnell der Triple-H. Wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen. Komm, jetzt hebt er mich auf. Und jetzt. Komm, wenn er mich jetzt schlägt. Aber ey, wieder zu früh. Nein, zu früh. Warum drücke ich denn zu früh, Freunde? Der Triple-H macht das voll komisch. Jetzt. Ey, wieder zu früh. Das ist unmöglich. Guck mal. Jetzt. Jetzt. Komm, steh auf schon. Mann. Ey, guck, wie schnell der das macht. Das ist krank. Ja, Mann. Endlich. Und da sind wir zurück, Freunde. Da sind wir zurück. Und jetzt komm her. Komm her. Zack. Und schmeiß ihn weg. Perfekt. Perfekt. Komm, Freunde. Wir feiern uns ein bisschen hier. Komm, müssen wir ein paar Sachen. Der hat uns gerade in dem Stuhl einfach so geschlagen. Okay. Okay. Der kriegt der gleich hier. Erstmal. Oh fuck. Er kontert. Oh, jo, jo, jo. Wir kontern auch. Bam. Junge, was ein Kampf. Oh mein Gott. Er kontert wieder. Oh mein Gott. Wir fallen einfach um. Wir haben gar kein Leben. Ein Triple-H hat schon ein Signature. Fuck. Oh mein Gott. War das sein Signature? Wenn ja, haben wir verkackt. Das war sein Signature. Er hat jetzt noch seinen Finisher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er macht geladenen Finisher. Nein. Nein. Wir haben gekontert. Wir haben seinen Finisher gekontert. Und haben selber einen. Bam, Junge. Unser Finisher. Komm schon. Komm schon, Freunde. Finisher. Ey, Digga. Der hat doch den Schaum Michaels Kick. Hau ihn raus. Hau ihn raus. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Wo ist der Finisher? Warum kann ich keinen Finisher anwenden? Nein, 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 nein. Junge, ich habe einfach auf legendär gestellt, Freunde. Ich habe gedacht, der nimmt uns jetzt auseinander. Wir haben voll Glück gehabt. Komm schon. Unsere Energie muss sich aufladen, Freunde. Seht ihr unser Energiebalken? Der ist richtig am Arsch. Deshalb packe ich mir den erstmal jetzt von hinten. Damit der sich erstmal hinlegt, der Triple-H. Und wir den dann nochmal pinnen können. Wir haben wieder das Signature. Ich will Finisher. Ich will Finisher. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Lad auf. Ey, wie langsam lädt das denn sich auf? Ey, wir können keinen Finisher anwenden. Ey, wie geht der Schaum Michaels Kick? Das soll ich nochmal machen. Und warum macht er ihn nicht? Das ist so eine Kacke. Boah. Was war das denn? Du. Nein. Fast. Komm, Freunde, Alter. Ich mache den jetzt Platz. Ich habe gerade nachgeguckt, wie das funktioniert. Also, der hat, glaube ich, seinen alten Move nicht mehr irgendwie. Hat er den irgendwie anders oder was? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir müssen jetzt mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich meinen Finisher anwenden. Das können wir entkommen. Jetzt packe ich mir den. Komm her. Jetzt. Schnapp ihn doch. Egal, jetzt gehen wir da rein. Freunde, er muss am Boden liegen. Hier der Triple H. Oh, fuck. Der holt da was raus. Das ist gar nicht gut. Oh, fuck. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gib ihm eine Bombe. Schön. Schön. Sehr schön. Komm, jetzt, 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 jetzt. Schau Michaels, schau Michaels. Nein. Renn noch da oben rechts. Komm schon. Der braucht so lange. Wie lange braucht der denn? Ey, unser ist voll am Arsch, Freunde. Nein. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Gib ihm. Schön. Komm, lad den Finisher auf. Wir haben Finisher mal zwei. Lad die Energie auf. Komm schon, Freunde. Diese Spannung. Nein, wir packen es nicht, Alter. Der Finisher, der Gegner muss am Boden liegen. Deshalb gibt es jetzt mal nur den hier von mir. Scheiße. Komm, die Energie muss ich aufladen. Die Energie muss ich aufladen, Freunde. Damit wir unseren Finisher anwenden können. Danach ist es vorbei. Aber er kontert immer alles, Mann. Der ist unglaublich stark, der Triple H. Aber wir sind stärker. Komm, wir kontern ihn. Schmeißen ihn um. Komm schon, komm schon. Lad die Energie auf. Er kriegt das mal auf dem Boden jetzt hier von mir in der Attacke. Boah, guck mal, was für ein Tier ist es, was für ein Kreuz da hat. Oh, ne, er kontert schon wieder. Scheiße, ey. Wir fallen einfach um. Wir fallen einfach um. Ey, jetzt geht der wieder runter, der Pisser. Der will ja irgendwas rausholen bestimmt. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Oh, okay, wir sind am Arsch. Ja, wir sind jetzt verdammt nochmal am Arsch. Digga, ich muss hier rauskommen. Der holt jetzt noch was raus. Steh da auf schon, Michaels. Wir haben volle Energie. Wir müssen jetzt unseren... Ja, jetzt holt er den Leiter raus. Ist das dein Ernst? Was will er mit der Leiter? Alter, es geht hier ab, Freunde. Was geht hier ab? Jetzt. Nein. Ja. Er liegt am Boden. Jetzt, Freunde. Jetzt, jetzt, jetzt kommst du, Finisher. Jetzt ist da die Leiter im Weg. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Komm schon, jetzt mach den Finisher. Mach ihn. Mach ihn. Warum macht er ihn nicht? Ey, da steht kein Dreieck, Mann. Das ist doch so eine Scheiße. Boah, der hat gesessen, Mann. In seine Fresse. Egal, ich packe mir das mal den Baseballschläger. Und hau ihn davon richtig drauf. So. Ey, guck mal, der steht einfach wieder auf. Der steht einfach wieder auf. Ey, wir haben zu wenig Energie mit Sean Michaels. Alter, wir machen, glaube ich, lieber unseren Signature, oder? Ey, guck mal. Sein Energiebalken, der unten, der legt sich so langsam auf. So extremst langsam. Wir müssen aber... Ich will noch einen Finisher gegen ihn machen, Alter. Komm schon. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht machen. Aber ich mach's trotzdem. Scheiße. Pulte. Was ist... Was macht Pulte da unten? Den ganzen aus dem Ring holen, der Affe. Wir müssen jetzt einmal treffen, Freunde. Einmal treffen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Verpiss dich. Komm jetzt. Jetzt geh den Scheiß Ring da hoch. Oben rechts. Ey, wie behindert ist dieser Scheiß Sean Michaels? Ey, wie behindert ist der? Wie behindert? Ey. Ich raste jetzt gleich so aus, ne? Ich raste gleich übertrieben aus. Ja, komm. Ja, jetzt fickt er uns richtig mit seinen langen Haaren, die nach Kacke stinken. Boah. Ja, am besten noch auf die Leiter drauf. Jetzt pimpf ich doch. Ja, komm. Verloren. Ja. Ja, ich bin rausgekommen. Ich bin rausgekommen. Ah. Nein. Nein. Komm, Freunde. Komm. Ey. Ja, Mann. Ich hab gekontert. Ich hab gekontert. Und jetzt, komm, Freunde. Jetzt. Bitte. Bitte. Das steht doch vom Seil aus. Und jetzt Dreieck. Jetzt Dreieck. Der liegt doch auf dem Boden, Mann. Der liegt. Ey. Anscheinend kann man kein Finisher anwenden. Egal, Freunde. Ich mach den jetzt einfach so platt. Und mach ihn direkt von mir. Ey. Jetzt kontert der auch noch, Freunde. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Komm her. Komm her. Kick ihn doch. Alter, der ist so am Arsch nicht schon, Michaels. Ja. Unmöglich. Wir können. Und komm doch. Ich, der Stand wird entkommen. Ich hab's nicht gemacht. Nein. Ja. War sein Signature. Wir haben verloren. Mann. Jetzt kommt wieder der geladene Finisher Teil 2. Nein. Nein. Zu spät. Ja. HPK Special, Alter. Bam. Ja. Das war's. Das war's. Jetzt liegen beide am Boden. Komm, steh auf. Steh auf. Nein. Nein. Du darfst nicht pinnen, Freunde. Fuck, Freunde. So ein scheiß spannender Kampf. Ja. Wir sind rausgekommen. Schon wieder. Ey. Wie mach ich das, Freunde? Alter. Das ist quasi wie sechsrichtige Plotter rauszukommen. Steh auf, steh auf. Das ist ja mal so ein kranker Kampf, ey. Ey, der... Was? Wie ging das denn auf einmal? Wie hat der mich so schnell gepinnt? Junge, Junge, ist das geil. Ey, der... Bam, Junge. Jetzt pinne ich ihn einfach mal. Komm, einfach versuchen. One, two, three. Wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben's geschafft, Alter. Das ist unfassbar. Das glaub ich nicht. Hier ist der Gewinner der Hardbrack jetzt. Schau, Michael. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Alter. Na, eine... Alter. Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Richtig krank, Freunde. Richtig krank. Ja, mein lieben Freunde. Hier sind wir wieder im Menü. Und wir können sehen, wir haben das nächste freigeschaltet. Der Red Monster tritt gegen The Game in einem Casket Match an. Junge, Junge. Richtig geile Sachen auf jeden Fall. Das war unnormal geil, dieses Match gerade, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, war's das an dieser Stelle hier von dem kurzen Einblick in den 2K Showcase Modus. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr, wie gesagt, sowas mal öfter sehen wollt oder ab und zu mal, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben. Dann vielleicht knackt mal wieder die 8000 Likes. Euer Öni ist raus. Es tut mir leid, dass das Video heute wieder etwas später kommt, aber ich habe noch ein schwieriges Video für FIFA heute gemacht. Wir haben ein Turnier gezockt auf FIFA und das ging echt verdammt lange. Über anderthalb Stunden habe ich aufgenommen für vier Spiele. Und ja, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Haut rein, schau auf und ciao.